Also Limburg und Frankfurt liegen vorne, hier die Holzschule etwas hinterm. Die Schiller-Schule liegt hier im Moment vorne, aber wie passiert, im Endspurt kann das Rennen neu entschieden werden. Also feiern Sie ihre Mannschaften an! Die Schiller-Schule ist als erstes durchs Ziel gefahren vor der Tiedemann-Schule aus Limburg. Und in diesem Moment fährt jetzt auch noch die L.E. Holzschule Wiesbauer durchs Ziel. Warten auf die weiße Flagge!